da sind wir hallo schön, ist ja wie ein doof hier ich hab ein bisschen neuer ich hab ein bisschen neuer brauchst du mir eine Nase voll? ich hab mir gedacht wenn ein Atze erscheint dann musst du drauf sein, sonst zerträgst du den aus so ihr lieben und damit wieder herzlich willkommen bei Buddy Atze hallo ach ist ja schön heute mal eine ganz persönliche Buggyfahrt hier bei Buddy Atze ja ich hab das Lenkrad schön fest in der Hand und steuere den VW Tiguan hier vor uns wie ihr sehen könnt da muss der Atze mal ein bisschen Anweisung geben weiter geradeaus Atze und dann links ja so ist das gut Atze so machst das fein da kommt noch ein Auto bis wir warten schön Atze winken hahaha hahaha wie sie geguckt hat ist das geil ach herrlich, schön hahaha wir fahren sogar vorschriftsmäßig ja ihr lieben, ihr seht auch so kann es mal bei Buddy Atze auf dem Kanal hier vorangehen fette grüße von mir von David & Ryder an euch wir werden natürlich dieses Wochenende auch noch viel viel mehr Spaß haben so Leute wir sind aber auch schon angekommen ich muss wieder rausschalten bis später bis später bis später bis später bis später bis später Moin, glötzt mal schön. So, guten Morgen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, das sind die ganzen Aktiven, die heute mit uns gemeinsam eine Tour fahren. Hier in Umland von Erfurt wird das wahrscheinlich eine sehr geile Tour. So, jetzt gehen wir mal hin, jetzt stellen wir uns mal vor, weil alle kennen dich nämlich auch noch nicht. Hallo. Na? Hallo. Oh, es hat mich vorhin reichen. Atze, grüß dich. Stefan? Stefan Faust, auch bei Instagram vertreten, ne? Mal auf so einen Content gucken und wenn ihr wollt, lasst einen Fall oder. So. Atze, mit Motten. Prinzessin, dich kenn ich schon. Du bist Dominik, ne? Atze. Das ist Dominik. Bei Instagram ist er Dome? Quaddome. Quaddome, genau. Also, mal auf einen Content gucken. Hey, Atze, weg. Hau ab, da hätt ich ja. Sanma. Moin. Wir haben uns gestern schon gesehen und Mario auch. Aber die beiden auch als San Mario bei, nee, Sanma. 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 Offroad bei Instagram. Mario. Moin. Grüß dich. Alles klar. Das ist Chris. Chris ist auch bei Instagram. Moin. Dein Instagram Titel, dein Instagram Name? Chris88. Chris88 bei Instagram. Schön. So Leute, mit den Jungs, mit der Truppe machen wir heute eine Runde hier. Ja, ich hab's vielleicht auch... Das ist ja mal nix für Mädchen hier. Und wir haben Frauen dabei. Das ist ja Trail vom Feinsten, alte Scheiße. Sehr geil. So wollen wir das haben. So, hier scharfe Kehre. Komm mal rum, komm mal rum, komm mal rum. Nee, müssen wir auch. Also... Es wird wahrscheinlich nicht langweilig werden, hab ich das Gefühl? Ja. Jawohl. Wir geben daneben eine Spur. Wir lassen aber Mario fahren, gucken wir uns mal an. Das ist machbar. So, da kommt unser Freund Devil. Ja, auch für Scramler kein Problem. Oh, hier Lottchen. Lottchen kommt. Lottchen, kein Problem. Sehr geil. Hier haben wir Sandra. Sandra auch gibt alles, jawohl. Ich komme mit Schwung. Sehr geil. Das kommt rüber. Man schenkt sich hier nichts. Und der will auch natürlich mit seiner Scrappler. Natürlich. Die Steine hier vorne sind natürlich übel. Guck mal, ist da für Brocken liegen. Vorsicht. Sie merken also auch, auch Frauen können richtig gut Gas geben und mithalten, beide Männer. Das ist überhaupt keine Frage des Geschlechts. Ich denke mal, es ist eine Frage der persönlichen Einstellung. Jawohl, Devil regelt. Hier, Lotte wieder am Start. Auch kein Problem. Ihr habt es gesehen, Sandra, Leute. Tja, kein Thema. Also, wenn man will und auch natürlich das Equipment dazu hat, dann ist das kein Ding. Mario ist auch wieder völlig skaliert. Ihr seht, der will genau vor uns. Ich denke, der hat auch seinen Spaß. Oha, der ist rein, um euch mitzunehmen. Oha, das ist ja. Oha. Ja, 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 ja. Ich habe es schon geahnt. Innerspur ist schon scheiße. Ihr seht es schon übelst. Die Spur ist schon total tief. Und Innerspur ist schon scheiße. Da setzt du auf. Die Sandra auch. Und dann hängst du fest. Ja, die hängt fest. Die sitzt auf. Die Spur ist schon zu tief. Am besten zurück und eben eine Spur versuchen. Ja, guck mal. Die sitzt auf. Die ist auch zu fett, die Spur. Sieht es aus gut? Oh, nee. Sieht aus wie die Gruppe. Scheiße. Oh, nein. Das sieht man jetzt. Das ist ein geiles Gelände hier, oder? Hammer. Ey. Hatte, ist das der Hammer, oder? Ich finde das so geil. Einfach klasse. Bäm. 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 Die bis jetzt ist super. Alter, Alter. Kleine Shit. Also hier. Also. Bäm. Komplett. Ja, hier ist es nicht ganz hoch. Ja, hier ist es nicht ganz hoch. Ja, hier ist es nicht ganz hoch. Lassen die ein bisschen runterkommen. Nicht, dass jetzt irgendwas passiert und ich irgendwie hinten draufballer. Oh. Oh. Direkt drinne. Das ist eine ordentliche Strecke. Also hoch möchte ich die nicht fahren. Also runter ist es schon angenehmer. Ich glaube auch hoch bei den Witterungsbedingungen schier unmöglich. Weil, äh, da war zu patschig und das Profil nicht vollsetzt. Moin Zeit, Jungs. Meine Hawke. Auch Ihre Zeit, bis jetzt mit dem Witte. Oh. 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 Ich hoffe gleich. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020